Herzlich Willkommen Freunde zu Rift. Wir sollen den Orin suchen. Den Orin, Orin, der ist da oben. Können wir schneller gehen? Nein. Wir haben aber einen Skill, der auf SZ liegt. So, dann können wir 8 Sekunden schneller rennen und hier können wir die Quest abgeben bei Orin. Wir können uns glücklich schätzen, euch bei uns zu haben. Auserwählte wie ihr werden hier mehr denn je gebraucht. Die Rückkehr. Die Rückkehr. Ja, wenn ihr lesen wollt, kurz Pause drücken. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. So. Die Geschichte. Zusammenfassung. Orin möchte, dass ihr mit den Speer des Lichts das Ritual der Free Fire an den blutigen Küsten unterbindet. Sprecht danach mit dem Geist des Kavin, um euch die warnenden Worte anzuhören. Ziel. Belohnung. Ihr haltet außerdem. Cool. Annehmen. Ihr kommt mir bekannt vor. Schließen. Viel Glück. Wir haben noch ein paar Quest. Die schauen wir uns mal an. Zusammenfassung. Die Adrien Kahn möchte, dass ihr Wächterstreiter beim göttlichen Anlegeplatz mit dem Siegel der Inspiration anspawnt. Neh, mal an. Alles Gute. Was kann denn der Bert heute? Gut euch zu sehen. Sie werden auch siegen. Na. Hat aber gerade gesponnen. Bertolt Strom möchte, dass hier die Kreaturen aus den Rissen und Invasionen im Sieberwald erledigt. Neh, mal an. Was denn der Sieberwald? Hoppala. Das wollte ich nicht. Göttliche Inspiration. Bisschen rauszoomen. Okay. Ähm. Haben hier noch ein paar Quest. Ja. Amor. Hoppala. Hoppala. Zusammenfassung. Löschlevis Zünder an dem blutigen Küstenhaus. Annehmen. Hier haben wir noch eine Quest da hinten. Den nehmen wir auch an. Sprecht mit Ethan Melancus. Seelenrückruf. Bindet beim Aufheben verbrauchsgut. Naja, bringt nicht so dolle. Die lassen wir mal kurz aus. Schließen. Ähm. Da oben haben wir noch eine. Aber bevor wir jetzt hier weiter einen Haufen Quest annehmen, würde ich mal sagen. Schließen wir ein paar ab. Werft später das Licht auf Lamble Phantum. Wo haben wir denn hier die Kamera? Spinnt. Laufen wir noch ein bisschen weiter rein hier ins Feld. Da haben wir uns. Free Flair Zerstörer. Wächter. Egal. Drauf da. Erledigt. Das kann man dann gut verkaufen, weil wir müssen aufpassen, dass es aus der Tasche nicht zu voll wird. Ähm. Na. Habe ich das gerade hinbekommen? Ah. Okay. Zack. Und werft und sperrt. Das Licht auf Lamble Phantum. Ja, das ist er nicht. Ziel, ein Wächter. Okay. Egal. Den schlagen wir auch kurz und klein. Zack. Jawohl. Sagen wir mal alles ein. Können wir sich ja später mal gut gebrauchen. Ähm. Wir sind jetzt hier im Kreis. Besiegt hieß, kann man so im Sieberwald auslöschen. Zündler. Das sind Zerstörer. 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 Schinder. Bis noch mal Zündler. Sind das die dahinter? Ne, auch Zerstörer. Wer in Schoss willst denn du? Du willst in die Nase, du. Gameria. Zack. Hm. Da bin ich ein wenig überfragt. Oder stelle mich mal wieder zu doof an. Hm. Ja. Freibler Zündler. Auslöschen. Oder sind das die... Hm. Sind die Feuer? Eieieiei. Kommt da noch ein Mob? Ne. So, da bekommt es nicht mit. Gut. Da ist kein Feuer. Oh, 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 oh. Ich hab's nix getan. So, den löschen wir mal kurz aus hier. Zack. Und auf die Birne. Du hast es ja nicht anders verdient. Und immer drauf, 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 drauf. Jawoll. Schwere Stiefeln. Naja. Die könnten man eigentlich anziehen. Ja, und zwar Einrüstung weniger, aber Ausdauer, mehr Leben. Ach, kann man verkaufen. Müssen wir noch aufpassen. Rusten wir mal aus einfach. Oh, genau. Wir wollen noch mehr Leben. Ausdauer ist immer gut. Da oben haben wir noch einen. Auf die... Frasche. Komm her. Wir wollen was machen, Pira. Und löschen. Auslöschen. Löschen es aus. Auslöschen. Noch zwei Stück. Ja, das haben wir ganz gut hinbekommen. Aber die haben wir abgeschlossen. Super. Wie kann ich denn die jetzt markieren? Okay, dann müssen wir hier drinnen was irgendwas machen. So, im Kreis. Ähm, inspiriert Wächterstreiter. Fünf Meter entfernt. Okay, das sind die hier, denke ich mal. Genau. Hey. Das hat doch mal gleich auf dem Anhieb geklappt. Machen wir noch einen. Willst du auch? Nein. Willst du? Nein. Wir brauchen solche Wächter. Willst du nochmal? Nein. Aber du. Jawohl. Noch zwei Stück. Da haben wir noch zwei. Hoffentlich nimmt er die. Jawohl. Okay. Haben wir jetzt noch hier irgendwo was. Wir müssen jetzt hier zu. Wir gehen zum Speer. Göttlicher Anlegeplatz. Kehrt zu Ser. Zurück. Besiegt Riesgrad. Um Silberwald. Wo ist denn der Silberwald? Ah, okay. Da kommen wir noch hin. Ähm, gut. Dann geben wir mal die Quest schnell ab. Hallo. Hallo. Äh. Wir möchten eine Hose. Was für eine Hose möchten wir? Was ist eigentlich egal? Die sind eigentlich alle schlecht. Dann nehmen wir die einfach mit. Und wir enden die Quest. Und wir möchten. Mana brauchen wir nicht. Wir brauchen Heiltränke. Mh, bänden. Und. Stufe ab. Oh, weil wir das. Haben wir noch eine Quest schon abgeben? Ich denke eher nicht. Es geht. Weiter. So. Ein bisschen schneller. Hey. Wir haben hier noch was. Was haben wir hier? 900 EP. Kriegt man ja was Gescheites. Ähm. Das lohnt sich nicht. Beahrend Relikt. Ach. Nehmen wir einfach mal mit. So. Hier mal ein bisschen drum herum gehen. Da funkelt schon was. Ähm. Da ist das nächste dann. Wenn die Kamera nicht. Der abste ausset. Das ist. Ist das da oben? Das ist da oben. Das ist da oben. Hm. Ja. 9755. XP. Insgesamt für das Level. Wir bekommen ungefähr 150. Das sind. 10% 970. 2% pro Map bekommen. Das geht noch. Mach mal mal. Ja. Jawohl. Zu weit weg. Hä? Nein. Warum nicht? Okay. Das hat gerade kurz gesponnen. So. 160. Genau. 2% circa. Brauchen wir nicht. Äh. Das wollte ich eigentlich nicht annehmen. Ne. So. Störb. Du elendiger Flammen. Das Flammoe klug. Das ist ein Gott die zu leben. Warum? Hier haben wir das zweite. Kritik von Bauharz. So. Dann müssen wir da runter. Springen. Springen. Oder lieber nicht runter springen. Sondern schön gemütlich runter gehen. Zack. Das ist jetzt. Platsch. 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 Ähm. Was? Ich war stehen. Ich habe doch gar nichts getan. Jetzt. Okay. Baum. Oh. Das könnte aber gut. Geld. Aber wunderbar. Wird er uns was tun hier? Was müssen wir hier tun? Ach. Das wird umgemetzelt. Jawohl. Klappt noch nichts. Ähm. Ja. Soll ich jetzt hier den Spör drauf machen? Ihr seid zu weit weg. Ihr seid zu weit weg. Ähm. Ich hänge mal wieder fest. Der kriegt noch was Korn. Der will das ja nicht anders. So. Und jetzt? Wir sind. Oh. Ich krieg' ne Krise. Phantom V. Vor allemal. Ja. Das ist ja der Typ. Aber warum? Jetzt. Geht doch. Werft den Speer des Lichts auf. Lammenmaul. Phantom. Endlich. So. Da ist das andere. Der kriegt noch auf der Leiste. Zack. Schöner Sprung. Jawohl. Rauf da. So. Das haben wir soweit gepackt. Und wie es weiter geht. Das haben wir jetzt noch. Sammeln wir jetzt noch ein. Und wie es weiter geht. Freunde. Sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.